Das ist alles klar für Sie. Jetzt lasse ich Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben aufgrund des Watterzädels in die Rheinbrach gelassen. Sie haben aufgeschwemmt. Ihr seht, wir sind modern. Wir haben es auf dem Handy. Das Problem ist, dass ich es einfach nicht lesen kann. Ich habe es nicht üben können. Ich hoffe, Sie verzeiht mir das. Es ist ein wenig unkommissioneller Zettel. Der Anfang ist noch eine Aufstellung von den Jahren, die wir hatten. Drei Länderpfahl klicken hat es vor 60 Jahren verblasen. Die kleinen Hinniger wollten nicht mehr zusammen in die Hose. Sie sind darum auseinandergegangen. Und im Glibeck hat etwas Neues angefangen. Man hat die Wäge angefangen zu bauen. Es hat so richtig hingehauen. Jetzt kommt eine Aufstellung von diesen paar Jahren. 1968. Das erste Jubiläum. 10 Jahre Basel bleibt sauber. Wir kommen im... Was? ...Glettliwagen. 1973. Das nächste Jubiläum. 15 Jahre Benzinverneidung im Kleinheinigen. Ist im Gewässer der Most ausgelaufen. 1978. 20 Jahre das Wäge vom Kunstkredit. Am Beuysse Pflunder im Kunstmuseum. Ein Fahrer erinnert sich noch. Ich bin erneut noch. Ich bin schon auf der Weile. 1983. 25 Jahre die Knulleri-Gallerie. Ein Vierteljahrhundert an der Fasnachtel. 1988. 30 Jahre Verkehrsberuhigung im Glibeckviertel. Sie haben gesehen, schon 1988 haben wir Probleme mit den Velofahrern gehabt. Jetzt müssen sie ja keine Glocke mehr haben. Jetzt kann sie besser überfahren. 1993. 35 Jahre im Glibeckschlössli. Kämen die letzten Kleibasler vom Glibeck-Wert. Das ist übrigens auch das Glibeckschlössli. 2003. 45 Jahre... Ja. Entschuldigung. 1998. 1998. Aber das war kein Jubiläum. Nein, das war ein Jubiläum. Würden Sie bitte nicht dazwischenreiten? Was soll das eigentlich da? Das ist ein Jubiläum. Also, 2003. 45 Jahre die Engelskiste auf dem Münster. Ihr werdet sich an einen tollen Künstler, der eine Kiste auf das Münster gestellt hat, der der Engelding war. 2008. 58 Jahre... 50 Jahre im Glibeckschlössli zuhause. Dort wurden die Glibecknulleri berüchtigt. Ich weiss nicht, wer die Geschichte alle kennt. Wir wurden dort zum Klaviatorenkeller ausgehebt, weil wir angeblich gekokst haben. Ja, nein. Es war übrigens nur weisser Schnupf-Tabak. Aber fünf Minuten später hat sie ganz stark gewusst. 2013. 55 Jahre. Wir sind alle zusammen froh. Der roter Neptun ist wieder da. Das war ein Stichet, das niemand verstanden hat außer mir. Aber es spielt keine Rolle. 2018. 60 Jahre. Wir feiern im Kostüm mit Gold und Kronen. Da würde sich doch eine Reise nach Mainz lohnen. Wir gehen übrigens nach Mainz. Wir gehen nach München. Dankeschön an alle, die uns nach München haben wollen. Wir gehen nach München. Epilog. Aus dem Wäldepp kannst du vernehmen. Es soll bald keine grossen Wäge mehr geben. Der Wessel meint, dass UNESCO-Nahren mit Kischli-Velo sollen rumfahren. So ist es halt in Basel an meinem Rhein. Früher war es doch noch einmal Fasnacht. Heutzutage leider nicht mehr so. Adieu zusammen, der Glibeckgeister. Dankeschön. Dankeschön.